ganz herzlich willkommen zu unserer online predigt ganz schön bist du heute mit dabei ich möchte uns zurücknehmen ins jahr 64 nach rom es ist ein heisser sommer ein starker wind weht und in einer kleinen bude irgendwo im stadtzentrum bricht ein feuer aus das feuer verbreitet sich rasend schnell durch die holzhäuser die ganz nahe beieinander gebaut sind sechs tage lang wütet das feuer und zerstört einen großen teil der stolzen stadt tausende müssen fliehen viele werden im gedränge zu tode getrampelt als das feuer endlich zum stillstand kommt verbreitet sich ein hartnäckiges gerücht man munkelt nämlich der kaiser nero hätte das feuer selbst gelegt nero versucht von sich abzulenken und er sucht einen sündenbock und endlich findet er eine gruppe auf die er die schuld legen kann und zwar beschuldigt er die christen völlig grundlos und dann bricht eine grausame verfolgungswelle aus erst werden christen in rom verhaftet einige von ihnen werden grausam verbrannt die verfolgung breitet sich aber aus auf das ganze römische reich frisst wie ein feuer durch die gemeinschaften der nachfolger von jesus auch der apostel paulus wird gesucht schliesslich ist er ein einflussreicher leiter der christen und die verrückten anschuldigungen des kaisers machen ihn zum staatsfeind des römischen reiches einige monate später schlagen die römer zu paulus wird gefangen genommen nach rom gebracht und dort muss erwarten bis das todes urteil vollstreckt wird und da ist der junge mann timotheus er hatte eine ganz enge beziehung mit dem apostel paulus durch ihn lernte nämlich timotheus jesus christus kennen der glaube an jesus der fing in timotheus so richtig feuer das war ein gutes feuer er wurde überzeugt dass die botschaft von jesus wirklich die wahrheit ist und dass er im vertrauen auf jesus ewiges leben bekommt und timotheus selbst bekam ein großes anliegen das möglichst viele leute diesen jesus auch kennenlernen und er begleitete paulus auf seinen vielen reisen um das evangelium von jesus zu verbreiten er wurde sogar einer der engsten mitarbeiter von paulus aber noch mehr als das paulus wurde der mentor der freund von timotheus und nun sitzt der apostel weit weg in rom irgendwo in einem gefängnis und die ganze welt scheint sich gegen die christen zu stellen überleg dir doch einmal falls du in der lage von timotheus wärst was würde dir wohl alles durch den kopf gehen wer ist als nächstes dran vielleicht war timotheus tatsächlich schon zur verhaftung ausgeschrieben wie werde ich das jetzt nur schaffen so ganz allein soll ich mich vielleicht irgendwo verstecken und übrigens wo ist nun dieser jesus in dieser ganzen situation kümmert er sich überhaupt noch ich denke timotheus der hat sich einsam hilflos überfordert gefühlt wahrscheinlich wie noch nie in seinem leben und da war sein inneres feuer für jesus aber dieses feuer wurde plötzlich immer kleiner es war wie die riesigen herausforderungen seine flamme ersticken möchten paulus sitzt in einem trostlosen kalten kerker in rom er ist der wut von kaiser nero und der ganzen römischen macht hilflos ausgeliefert er weiß er hat nicht mehr lange zu leben und menschlich gesehen hat er wirklich nichts gutes mehr zu erwarten und er konnte auch nicht mehr viel tun für seinen freund timotheus aber er hinterlässt ihm ein vermächtnis er schreibt timotheus einen brief aus der todeszelle und dieser brief war nicht nur für timotheus überaus kostbar er bedeutet auch für uns heute ganz ganz viel zwar weil das nicht nur menschen worte sind es ist gott selbst der zu uns spricht und wir lesen nun miteinander den beginn dieses briefes der zweite brief von paulus an timotheus und falls du eine bibel hast schlag sie doch bitte jetzt mit mir auf wir lesen im zweiten brief von paulus an timotheus 2. timotheus 1 vers 1 bis 11 paulus apostel christi jesu durch den willen gottes nach der verheissung des lebens in christus jesus an timotheus mein geliebtes kind gnade barmherzigkeit friede von gott dem vater und christus jesus unserem herrn ich danke gott dem ich diene von meinen vorfahren her mit reinem gewissen wenn ich ohne unterlass deiner gedenke in meinem gebet tag und nacht und wenn ich an deine tränen denke verlangt mich dich zu sehen damit ich mit freude erfüllt werde denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten glauben in dir der zuvor schon gewohnt hat in einer grossmutter lois und in einer mutter eunike ich bin aber gewiss auch in dir aus diesem grund erinnere ich dich daran dass du erweck es die gabe gottes die in dir ist durch die auflegung meiner hände denn gott hat uns nicht gegeben den geist der furcht sondern der kraft und der liebe und der besonnenheit darum schäme dich des zeugnisses nicht von unserem herrn noch meiner der ich sein gefangener bin sondern leide mit mir für das evangelium in der kraft gottes er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen ruf nicht nach unseren werken sondern nach seinem ratschluss und nach der gnade die uns gegeben ist in christus jesus vor der zeit der welt jetzt aber offenbart ist durch die erscheinung unseres heilands christus jesus der dem tode die macht genommen und das leben und ein unvergängliches wesen ans licht gebracht hat durch das evangelium für das ich eingesetzt bin als prediger und apostel und lehrer wir wollen beten allmächtiger gott ja du bist der gott der ganzen schöpfung du bist der gott des universums alles leben das kommt von dir und du bist der gott der sich uns offenbart du hast uns nicht nur geschaffen und schaust jetzt von irgendwo zu sondern du bist ein gott der sich nach uns sehnt der mit uns gemeinschaft pflegen will und du bist der gott der mensch geworden ist mit jesus christus und du bist der gott der heute zu uns spricht und nun haben wir miteinander worte gelesen die vor langer zeit geschrieben wurden die für timotheus ganz ganz viel bedeuten bedeuten aber du bist heute der genau gleiche gott auch wenn unsere situation ganz anders ist und wir spüren diese worte die sprechen auch zu uns heute und wir bitten dass du uns durch deinen heiligen geist jetzt führst dass wenn wir über dein wort nachdenken dass wir verstehen was du uns ganz persönlich sagen willst dass wir innerlich gestärkt werden dass wir neuen mut bekommen dass wir auch unsere beziehung zu dir ganz neu überdenken danke jesus dass wir zu dir gehören dürfen und wir wollen dir ehre machen amen wir spüren aus diesen worten in paulus da brannte ein feuer und dieses feuer konnte durch gar nichts ausgelöscht werden die schwierigkeiten die bliesen wie ein ganz rauer wind doch statt dieses feuer auszublasen scheint es immer kräftiger zu brennen dieses feuer das in paulus brennt ist tatsächlich eine unbesiegbare kraft gehen wir zurück zu vers 7 dort steht von dieser kraft gott hat uns nicht gegebenen geister furcht sondern der kraft es ist die kraft des heiligen geistes dieses feuer brennt vers 8 spricht von der kraft gottes die kraft gottes die stärker ist als alles leiden vers 9 spricht von der kraft des evangeliums das uns durch gottes gnade beruft und rettet und in vers 10 da wird uns die kraft von jesus christus gezeigt der den tod entmachtet und das ewige leben geschenkt hat timotheus braucht in seiner situation genau diese kraft damit sein inneres feuer des glaubens neu auflodert und nie verlischt und genau das steht in vers 6 nun wenn du jetzt vers 6 liest dann denkst du na steht ja gar nichts von feuer das wort feuer ist in den meisten deutschen übersetzungen tatsächlich versteckt aber das schlüsselwort hier ist erwächst dass du erwächst dort steht das griechische wort anazopyreo und das heißt übersetzt wörtlich ein feuer wieder lebendig machen oder ein feuer neu auflodern lassen paulus sagt also dem timotheus lass dein inneres feuer wieder ganz neu auflodern erwecke es wieder zu neuem leben lass es nicht sterben erinnerst du dich noch vielleicht ist es ganz ganz lange hier an den physikunterricht und irgendwann haben wir doch gelernt was es braucht damit ein feuer brennt ja genau sind drei elemente es braucht hitze es braucht brennstoff und es braucht sauerstoff und wenn das feuer einmal brennt dann geht es ja wie von selbst solange diese drei elemente vorhanden sind auch unser inneres feuer braucht die richtigen elemente damit es brennt und nicht auslöscht nun damit es überhaupt brennt damit es beginnt zu brennen können wir nichts tun von uns aus es ist ein geschenk von gott das steht in vers 6 erwecke die gabe gottes die in dir ist also dieses feuer das ist ein geschenk gottes paulus erinnert timotheus hier an einen ganz besonderen moment wo paulus dem timotheus die hände auflegte und für gottes gabe bittete da waren nicht die hände von paulus massgebend sondern dort ist etwas übernatürliches durch den heiligen geist geschehen das hände auflegen das drückt ja eine geistliche haltung aus wir sind jetzt ganz von gott abhängig wir lassen uns von gott füllen wir lassen uns von gott ausrüsten und befähigen es ist also der heilige geist der in unserem herzen dieses innere feuer das feuer des glaubens beginnt und wenn es einmal brennt ist es kein selbstläufer wir sind verantwortlich wie wir mit diesem feuer mit diesem geschenk das der heilige geist in uns gelegt hat wie wir damit umgehen nicht nur timotheus war in gefahr dass sein feuer plötzlich ersticken würde wir müssen genauso acht geben damit unsere innere flamme am brennen bleibt und deshalb wollen wir auch gemeinsam auf gottes wort hören und das feuer wieder ganz neu lebendig werden lassen versieben zeigt uns was es dazu braucht und ich möchte die wahrheit dieses bibelwort mit drei kerzen illustrieren der heilige geist er gibt kraft und das ist der brennstoff für unser inneres feuer der heilige geist erfüllt uns mit gottes liebe das ist die hitze die unser feuer braucht damit es brennt und am brennen bleibt und der heilige geist der bewirkt besonnenheit und das ist wie der sauerstoff damit das innere feuer brennt und nie auslöscht nun wie genau gibt der heilige geist kraft damit unser inneres feuer nicht stirbt das ist kein mystischer vorgang das ist kein undefinierbares gefühl ich möchte das mit der ersten kerze illustrieren naja die brennt ja schon ganz schön nur irgendwas klappt nicht so kaum angezündet schon wieder erloschen was ist da schief gegangen es war doch Feuer da wo ist jetzt das Feuer geblieben so schnell wieder ausgelöscht ja ganz einfach die kerze oder die flamme hat zu wenig brennstoff es war ist irgendetwas im weg hier eine kleine alufolie die den weg versperrt zum brennstoff kerze oder feuer ohne brennstoff das geht eben nicht dieses feuer stirbt unser inneres feuer braucht nicht nur mal eine flamme unser inneres feuer das braucht brennstoff und es braucht eben die kraft und diese kraft das ist gottes wort der heilige geist er ist der autor der bibel der autor von gottes wort und er ist es auch der die wahrheit der bibel nun für uns ganz persönlich macht dass uns die bibel tatsächlich zum brennstoff wird zur kraft wird damit unser inneres feuer bremt und nicht so bald wieder verlöscht wie diese kerze diese kraft die bekommen wir aus dem vertrauen auf die bibel auf die wahrheit von gottes wort vers 5 beschreibt wie timotheus das erlebte ich erinnere mich an den ungeheuchelten oder an den aufrichtigen glauben in dir timotheus kam also zu einer festen überzeugung jesus christus ist tatsächlich in diese welt gekommen als mensch gott und mensch zugleich und er hat durch seinen tod am kreuz hat uns aus der sünde gerettet er ist auferstanden und hat den tod für immer besiegt und nun ist jesus herr über alles nicht der römische kaiser nicht sonst irgendeine macht oder ein herrscher jesus christus ist die höchste majestät und seine herrschaft ist ewig alle die ihm vertrauen die gehören für immer zu seinem unvergänglichen reich das war die tiefe glaubensüberzeugung von timotheus und er ist da nicht einfach irgendwie so in den glauben reingerutscht paulo schreibt zwar bereits seine grossmutter und auch seine mutter die waren gläubig die haben im vertrauen auf jesus gelebt aber timotheus er musste sich selbst ganz persönlich für jesus entscheiden und ihm vertrauen und genauso ist es auch bei uns niemand wird mit dem inneren feuer des glaubens geboren bei mir war es irgendwie ganz ähnlich wie bei timotheus ich hatte viele menschen in meinem umfeld die dieses feuer für gott hatten ich war im weg das mir den zugang zum brennstoff blockierte die bibel nennt das sünde das sind zuerst mal unsere taten die gegen gottes richtlinien verstoßen ich war manchmal unehrlich um etwas zu vertuschen und mich dabei in ein besseres licht zu rücken und diese unehrlichkeit die stand zwischen den beziehungen zu anderen menschen und auch zwischen meiner beziehung zu gott eben es verhinderte dass die flamme so richtig feuer fangen konnte in mir ich hatte kein inneres feuer es brannte nicht aber sünde geht noch viel tiefer als unsere schlechten taten wir versuchen doch gute menschen zu sein wir möchten das glückliche leben finden und dabei verlassen wir uns im grundsatz auf uns selbst und lassen gott irgendwo aussen vor wenn wir dann mal wirklich hilflos sind ja dann kommen wir vielleicht zu gott und fragen ihn um hilfe aber sonst wollen wir das leben doch selbst meistern jesus erklärte einmal der kern der sünde der besteht darin dass wir menschen nicht im vertrauen auf gott leben und wenn sie oder du heute merkst dass dein inneres glaubensfeuer fehlt wenn du vielleicht versuchst mit deinem leben selbst fertig zu werden wenn du dir nicht sicher bist wie deine beziehung zu gott steht wenn es dir geht wie mir und das einfach das feuer nicht nicht bleibt nicht fußfassen will wenn du von angst und verzweiflung getrieben bist dann nimm dir doch zeit und überlege dir heute was steht im weg was ist dazwischen dass es verhindert dass ich wirklich dass mein feuer wirklich brennt und dass ich wirklich kraft schöpfen kann aus Gottes Wahrheit vielleicht drückt etwas auf deinem Gewissen das schon längst mal in Ordnung gebracht werden sollte vielleicht sind es Kontakte auf Facebook oder Instagram oder sonst irgendwo die du abbrechen musst oder vielleicht lässt du dich von zerstörerischen Gedanken beherrschen die dein Feuer immer wieder ersticken oder du machst dich abhängig von Menschen die versprechen dass sie dir zu einem besseren Leben verhelfen können oder vielleicht denkst du zurück an eine Zeit in deinem Leben wo dein inneres Feuer so richtig gebrannt hat und du warst so richtig glücklich und begeistert mit Jesus unterwegs und über die Jahre ist diese Flamme immer kleiner geworden vielleicht hast du schweres erlebt vielleicht fühlst du dich irgendwo von Gott im Stich gelassen vielleicht sind Zweifel hochgekommen die immer stärker werden wollen vielleicht fragst du dich kümmert sich Gott überhaupt noch um mich und ich möchte dich ermutigen entferne was dir im Weg steht dass dein Feuer dein Glaubensfeuer so richtig aufloden kann entferne was dir im Weg steht vorbehaltlos auf Jesus zu vertrauen lass dich ganz neu auf Gott ein er wartet auf dich bitte Gott dass er durch den Heiligen Geist sein Feuer ganz neu in dir anzündet wenn du nicht recht weisst wie du das tun sollst dann frag doch jemand der mit Jesus unterwegs ist oder du darfst auch mit uns Kontakt aufnehmen du findest einen Link unten auf der Beschreibung dieses Videos oder auch auf unserer Homepage ich wünsche mir heute für uns alle dass das göttliche Feuer in uns brennt dass es nicht nur irgendwo anfängt sondern dass es weiter brennt und immer die Flamme immer grösser wird es ist ein Feuer das stärker ist als alle Herausforderungen es ist ein Feuer das ununterbrochen mit Brennstoff versorgt wird und genau das braucht Timotheus als ihm das Messer am Hals stand und das brauchen wir heute wir fragen uns vielleicht was sollen wir heute tun mit den Fragen die uns beschäftigen mit allen Unsicherheiten mit denen wir auseinandergesetzt sind mit den Herausforderungen die uns vielleicht jetzt viel zu gross scheinen Wir dürfen den Heiligen Geist bitten dass die Botschaft der Bibel uns immer wieder ganz neu zum Brennstoff zur Kraft wird dass unser inneres Feuer nicht erstickt die Bibel muss uns eben mehr sein als nur hartes Wachs die Botschaft der Bibel muss sozusagen eben wie das Wachs schmelzen für uns ganz persönlich werden und das geschieht nicht einfach so Gottes Wort will gelesen werden wir sollen darüber nachdenken wir wollen uns Gottes Wort ganz bewusst in Erinnerung rufen vor einigen Monaten haben meine Frau und ich uns wieder mal eine Bibel gekauft nicht dass wir schon nicht dass wir zu wenig Bibeln hätten aber diese hatten wir tatsächlich noch nicht und wir sind echt begeistert es ist die neue Jahresbibel der Hoffnung als der Übersetzung Hoffnung für alle und für jeden Tag sind 365 Tage und für jeden Tag sind fünf Portionen der Bibel aufgeteilt zuerst ein Text der Weisheit zum Beispiel aus den Psalmen dann ein Abschnitt aus der Geschichte des Alten Testaments dann ein Abschnitt aus den Propheten im Alten Testament dann ein Abschnitt aus der Geschichte des Neuen Testaments und schliesslich noch ein Abschnitt aus den Briefen der Apostel für jeden Tag schön aufgeteilt wenn man das 365 Tage liest ist man tatsächlich in einem Jahr durch die ganze Bibel gekommen nun wir haben es bis jetzt nicht ganz geschafft jeden Tag die ganze Portion zu lesen und es geht ja auch nicht darum aber wir wurden ganz neu fasziniert von der Botschaft der Bibel wir wurden neu gepackt Gott spricht durch dieses Buch zu uns in unsere Situation heute die Bibel die gibt uns inneren Brennstoff damit unser Feuer am Brennen bleibt und damit begegnen wir den Herausforderungen des Lebens mit göttlicher Kraft Welte Gerber war ein Täuferlehrer im 16. Jahrhundert im Emmental er wurde gefangen genommen 1526 hingerichtet weil er an Jesus Christus glaubte und es sich nicht nehmen wollte diese Botschaft zu verbreiten in der Anklageschrift gegen Welte Gerber da erzählt ein Peter Reber vom Buchholterberg Welte Gerber habe ihnen die Schrift so trefflich ausgelegt dass er nicht mehr an seiner Überzeugung zweifeln könne und genau das bewirkt dieses göttliche Feuer es ist eine Überzeugung die stärker ist als aller Widerstand und das ist die Kraft die Gottes Wort schenkt seht ihr jetzt brennt die Kerze sie bekommt Kraft sie bekommt den Brennstoff der der hier in diesem Wachs enthalten ist was wollen was wollen wir heute tun damit unser Feuer mit Brennstoff versorgt wird wie wollen wir jetzt ganz konkret Gott Vertrauen schenken welche biblische Zusage willst du für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen aber erinnere dich damit du eine biblische Zusage kennst musst du sie unbedingt lesen dafür hat uns Gott sein Buch gegeben welche Wegweisung gibt uns die Bibel für die Situation in die wir stecken und die Fragen vor denen wir stehen um eine Kerze anzuzünden braucht es zuerst Hitze und die Hitze die hier von meinem Anzünder kommt die schmilzt so ein bisschen Wachs und dann beginnt er zu brennen und schon entsteht Hitze die dann das Wachs selbst wieder zum Schmelzen bringt die Hitze bleibt wenn es einmal brennt auch unser inneres Feuer braucht Hitze und diese Hitze die kommt vom Heiligen Geist er ist der Geist der Liebe an Jesus Christus glauben das ist weit weit mehr als nur einige Wahrheiten anzunehmen Glaube passiert nicht nur im Kopf Gott sucht eine ganz persönliche Beziehung er will sich mit uns verbinden Jesus Christus hat Menschen gerufen mit ihm Leben zu teilen mit ihm Gemeinschaft zu pflegen Freundschaft zu geniessen und er zeigte diesen Menschen immer wieder seine Liebe indem er für sie sorgte er hatte Erbarmen mit kranken Leuten er heilte sie er kümmerte sich um Menschen die am Rand der Gesellschaft irgendwo ausgestossen waren er nahm sie an ganz einfach so wie sie waren er hat aber auch seine Nachfolger zurecht gewiesen wenn es nötig war er lehrte sie ganz praktisch was es bedeutet im Vertrauen auf Gott zu leben er hat Menschen gerufen sich ihm an zu vertrauen er hat in aller Liebe die Wahrheit gesagt er hat eingeladen zu einer genialen Zukunft in Gottes neuer Welt er hat aber auch wer nicht an Jesus glaubt ist ewig getrennt von Gott und Jesus hat seine Liebe bis aufs höchste gezeigt er hat sich freiwillig für unsere Schuld am Kreuz als Opfer gegeben er ist gestorben mit unserer Schuld beladen an unserer Stelle er hat damit unsere Sünde weggenommen das was uns eben trennt von Gott er hat es auf sich genommen und nun schenkt er allen die ihm vertrauen also die ganz einfach glauben dass das was Gottes Wort uns über Jesus sagt dass er unsere Schuld auf sich genommen hat wenn du das glaubst dann dann schenkt dir Jesus neues Leben und er wohnt in seinem Heiligen Geist in uns und damit sind auch wir von Gottes Liebe erfüllt Römer 5 5 sagt es so die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist Gottes Liebe ist also da wir können uns nie beklagen dass wir zu wenig davon haben aber wir sollen diese Liebe ganz bewusst in Anspruch nehmen und ganz praktisch Liebe üben oder hier in den Worten des Timotheus Briefs dieses Feuer das Feuer der Liebe das der Heilige Geist schenkt ganz neu in uns auflodern lassen und das ist ganz besonders wichtig wenn ein rauer Wind bläst der unser inneres Feuer auslöschen möchte das passiert wenn wir eine Kerze ausblasen wir stossen die Hitze weg vom Docht bis die Kerze erlöscht wenn wir gestresst sind in einer schwierigen Situation sind vielleicht voller Fragen voller Unruhe dann müssen wir besonders vorsichtig sein dass wir uns nicht von der Hitze von Gottes Liebe entfernen und wie bringen wir dann das Feuer neu zum Brennen ja wir müssen uns manchmal ganz neu für Gottes Liebe entscheiden Wir dürfen den Heiligen Geist bitten dass wir Gottes Liebe besser verstehen dass wir wieder ganz neu erfüllt werden von dieser Liebe die ja durch den Heiligen Geist in uns wohnt wir wollen uns für Jesus Christus öffnen damit er mit seiner Liebe durch uns handelt und ja wir müssen auch bereit sein den eigenen Bedürfnissen zweiten Platz zu geben das ist genau das was Gottes Liebe bedeutet Gottes Liebe gibt sie gibt sich für andere sie schenkt manchmal braucht es unsere Entscheidung ganz bewusst aus Gottes Liebe zu handeln vielleicht denkst du jetzt irgendwo an eine Person die dir Mühe macht dann geh auf diese Person zu nicht weil du sie besonders nett findest das Problem und du kannst deine Gefühle nicht ändern aber du kannst auf Personen zugehen die dir Mühe machen die du nie in deinem Leben lieben würdest aber du kannst auf sie zugehen weil Jesus diese Menschen oder diese Personen liebt und weil du Jesus liebst darfst du Gottes Liebe durch dich fliessen lassen oder vielleicht denkst du eine Aufgabe die irgendwo mühsam wird du kriegst vielleicht ganz wenig Dank und sehr viel Kritik vielleicht hast du schon oft gedacht soll das doch jemand anders tun und ich möchte dich ermutigen denk nochmals darüber nach vielleicht ist es tatsächlich dran aus Liebe zu Gott einfach dran zu bleiben das Feuer wieder ganz neu aufloden zu lassen wir wollen uns immer wieder wärmen lassen von Gottes Liebe und da braucht es Zeit die wir ganz bewusst mit Gott verbringen mit ihm reden auf ihn hören dann schenkt der Heilige Geist genug Hitze damit das innere Feuer am brennen bleibt auch wenn manchmal noch ein kalter Wind bläst dann kommen wir zum Schluss noch zum dritten Element damit ein Feuer gut brennt und das ist der Sauerstoff es braucht genug Sauerstoff aber auch nicht zu viel sonst gerät nämlich das Feuer ausser Kontrolle und wenn wir eine Kerze in Zugluft stellen dann brennt sie nicht mehr schön geht sie irgendwo kaputt an sich selbst Besonnenheit ist so etwas wie der Sauerstoff für unser inneres Feuer aber das ist dann genau mit Besonnenheit gemeint wir brauchen ja dieses Wort nicht so häufig aber vielleicht brauchen wir eher besinnen also denken gut nachdenken und genau das ist es was mit diesem Wort gemeint ist es ist gesundes ausgeglichenes Denken Besonnenheit ist die Fähigkeit die Dinge richtig einzuordnen unterscheiden können was wirklich wichtig ist den richtigen Fokus behalten wir sind ja immer wieder in Gefahr in unserer kleinen Welt zu leben ja auch diese Kerze muss brennen seht ihr sie hat tatsächlich noch genug Sauerstoff hier in diesem Raum aber wenn wir uns in unsere eigene kleine Welt verkriechen dann geht irgendwann der Sauerstoff aus braucht also gar nicht so lange wir haben ja alle unsere eigenen Ideen unsere Meinungen wir haben alle unsere eigene Geschichte wie wir Gott erleben wir haben unsere eigene Einsicht in die Wahrheit der Bibel und das ist gut so doch niemand von uns sieht alles richtig niemand von uns kann alles über Gott und die Welt erklären niemand von uns hat auf alle Fragen eine Antwort und es gibt tatsächlich Fragen auf die finden wir in dieser Welt nie eine Antwort aber deshalb brauchen wir den Austausch untereinander deshalb können wir nicht nur in unseren kleinen Welt überleben da geht uns das Feuer aus wir Christen gehören zu Gottes Familie und wir gehören zusammen und deshalb sollen wir auch zusammen kommen und miteinander miteinander Jesus Christus verherrlichen miteinander über die Bibel lesen miteinander beten miteinander über Gottes Wort nachdenken und uns ermutigen uns helfen der Heilige Geist hat uns ein Feuer geschenkt das zu Gottes Ehre brennen soll und zwar nicht um uns gegenseitig anzuschwerzen das göttliche Feuer macht uns nicht zu Fanatiken es ist ein Feuer das unter Kontrolle bleibt es ist eine Flamme die kräftig brennt ohne dass wir selbst dabei ausbrennen und das bewirkt der Heilige Geist der Geist der Besonnenheit er leitet unser Denken er schenkt uns auch neue Einsicht Inspiration er hilft uns auch mal unsere Meinung anzupassen er gibt uns neue Perspektiven damit wir unsere Situation auch von einer anderen Seite sehen er gibt Mut Entscheidungen zu treffen Schritte zu tun im Vertrauen auf Gott Wir sind alle ganz verschieden unterwegs Wir erleben Dinge die uns so richtig Freude machen haben das Gefühl doch das Feuer brennt so richtig gut und dann beschäftigen uns auch viele Fragen und vielleicht stehst du jetzt in dem Moment vor einer ganz besonderen Herausforderung vielleicht kannst du Timotheus ganz gut verstehen wie er sich ängstlich zurückziehen will vielleicht ist es eine schwierige Krankheitsdiagnose vielleicht ist es eine herausfordernde Beziehung und du denkst an dein inneres Feuer wirst du dieser Herausforderung standhalten oder wird das Feuer plötzlich ersticken oder es kann auch sein dass alles ganz gut läuft bei dir und das ist schön wie auch immer ich möchte dass wir uns heute ganz persönlich fragen wie steht es um unser inneres Feuer ist unsere Beziehung zu Gott wie eine Flamme die hell brennt der Heilige Geist will uns heute neu ergreifen möchte uns noch einmal zurücknehmen zu Vers 6 aus diesem Grund also weil wir die Botschaft des Evangeliums kennen und weil wir begonnen haben diese Botschaft zu vertrauen aus diesem Grund erinnere ich dich daran dass du erweckst die Gabe Gottes in dir ist dass du das Feuer zu ganz neuem Leben erweckst dass du es wieder ganz neu aufloden lässt denn Vers 7 Gott hat uns nicht gegen den Geist der Furcht sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit der Heilige Geist will uns heute neu ergreifen und mit genug Brennstoff versorgen damit wir aus der Kraft von Gottes Wort leben der Heilige Geist er will uns ganz neu mit seiner Liebe füllen damit unsere Flamme nicht abkühlt und der Heilige Geist sorgt dafür dass die Sauerstoff Zufuhr zu unserem Feuer richtig funktioniert und unsere Gedanken besonnen klar und auf Gott ausgerichtet bleiben und in diesem Sinn wünsche ich uns allen von Herzen ein leidenschaftliches Herz brennen wir wollen beten Jesus Christus du hast in uns ein Feuer angezündet durch deinen Heiligen Geist weil du in unsere Welt gekommen bist um uns zu retten und uns in dein ewiges perfektes Reich hinein zu nehmen danke Jesus Christus dass du dich uns so gezeigt hast und dass du heute zu uns sprichst danke Jesus Christus für dein Wort all 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 hindernisse jetzt auch vor dich zu dir bringen und und vertrauen zu dir neuen Mut fassen und danke dass du durch deinen Heiligen Geist da bist und uns ganz neu erfüllst mit Kraft mit Liebe und Besonnenheit damit wir zu deiner Ehre leben und wir freuen uns Vater dass wir zu dir gehören dürfen um für immer bei dir zu sein in deiner ewigen neuen Welt Amen Ich wünsche Ihnen euch allen von Herzen Gottes Segen Amen Amen Untertitelung des ZDF, 2020